Tony hat mir geholfen, daran zu glauben, dass ich hier leben kann. Das konnte ich nicht, bevor ich ihn traf. Willkommen in den Vereinigten Staaten, man. Brooklyn ist eine berührende Geschichte. Würdest du mit mir tanzen? Darüber, wer wir sind. Tony! Wo wir herkommen, wir müssen dir furchtbar rückständig vorkommen. Und wo wir zu Hause sind. Mein Leben war noch in Irland, jetzt ist es schon halb über den Ozean. Zu Hause ist zu Hause. Brooklyn, nur im Kino.